Moin Moin Leute, Moin wieder in unsere Branche. Diesmal mit meiner Joghurt in einen Kofsgefechtraum. Lange nicht mehr in den Kofs gespielt. Oh, schau, muss das so reißen, ne? Hütter Polchäger in der Luft. Görsel mal gucken. class Wie gut ist das so? Wie ist das so? Wie ist das so? Wie ist das so? Wie kann ich es? Machen wir ihnen das Leben schwer! Bestätige! Vielen Dank! Ich brauche Unterstützung! Schau mal sehen! Ich weiß nicht, dass wir hier gefahren sind Die hat Reise und auch nichts Das ist echt cool Ich bin viel zu wenig, aber Ich bin viel zu wenig 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 Hbellen Ich bin viel zu wenig Feuer-Alarm! Problem gelöst! W-W-W-W-W-W Das war's für heute. Das war's. Wir haben mein gegnerische Schlachtschiff versenkt! Na wo? Na gut! Treffer gemacht! Fünf Torpilo Treffung! Mann, Mann, Mann! Zwei Wasser anbrennt, genau! Achtzehn Sekundär! Achtzehn Schiffe mit der Sekundärin! Achtzehn Sekundärin! Achtzehn Sekundärin! Achtzehn Sekundärin! Achtzehn Sekundärin! Achtzehn Sekundärin! Na, mach ich nur noch ein Schiff! Und der Pultjäger geht jetzt ein Schiff zurück! Wir machen wir die Basispunkte an! Drei... Wir haben uns geholfen. Wir gehen jetzt wieder zurück. So, war das Gefecht, bis zum Ende. So, ich bedanke mich an die Sichersteller für viel Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns jetzt noch einen Rumpen. Wenn ihr keine weiteren Punkte verstanden habt, lasst ein Abo da und habt die Glocke. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, euer King Baba. Tschüss, tschüss.